Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2. Heute von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur, der am Wochenende wieder da ist von Freitag bis Dienstag. Er ist auf der Erde gewohnt, eine Bucht hier unten, also ETZ. Und wir dann auch gleich hoch und schauen, was er dabei hat. Xur, damit ich es mal erwähnt habe, ist immer am Freitag 19 Uhr da. Außer wenn die Zeitverschiebung stattfindet, dann wäre es 18 Uhr. Aber eben 19 Uhr bis Dienstag 19 Uhr oder halt eben 18 Uhr dementsprechend. Damit ich es mal gesagt habe, für all die Neuankömmlinge in Destiny, damit ihr wisst, in welcher Zeitspanne der liebe exotische Händler Xur da ist und ihr die Sachen holen könnt. Gut, hier oben steht er, steht er immer, wenn er auf der Erde ist. Und dabei hat er wie immer ein exotisches Engram. Das öffnen wir dann am Ende. Die Telesto ist ein Fusionsgewehr, ein sehr spezielles Fusionsgewehr. Es schießt Partikel, die dann an der Stelle kleben bleiben und detonieren, wenn Feind in der Nähe ist. Beziehungsweise kann sie auch auf den Boden schießen, wenn der Feind dann drüber rennt, dann detonieren sie später. Also eben bei Feindes Nähe, sage ich mal. Ist ein sehr, sehr interessantes Fusionsgewehr. Es wird immer wieder mal, je nach Patches, mal mehr, mal weniger gespielt. Bei der Telesto würde ich jetzt so im Allgemeinen sagen, es lohnt sich grundsätzlich, die einfach mal zu haben, damit man sie sicher mal in der Sammlung hat, dass, wenn sie im PvP mal wieder ein bisschen dominiert, beziehungsweise es ist in PvP eine witzige Fusi, man kann sie mal ausprobieren bei Controllo oder so. Ja, mein Fazit, mal holen. Es ist eine Fusi, die man immer wieder mal nach vorne kramt, ein bisschen damit rumballert, weil sie auch einzigartig ist durch die Projektile, die eben an der Oberfläche bei den Feinden dann haften. Einfach mal, ja, um in die Sammlung reinzupacken. Als nächstes Orpois Rig für die Jäger. Dieses Ding hier ist meines Erachtens nach für PvP nicht wirklich wichtig, aber für PvE ist es ein Must-Have-Gegenstand. Es ist nämlich so, dass der Schattenschuss hier verstärkt wird, denn wenn wir Feinde treffen und die Feinde in dem Schattenschuss gefangen sind, kriegen wir Superenergie zurück. Das war früher sogar so stark, dass man, wenn man genug Feinde angebunden hatte, die ganze Super wieder gekriegt hat. Das wurde ein bisschen genervt, ein bisschen angepasst an die anderen Exos. Nichtsdestotrotz immer noch sehr stark. Man kann sehr, sehr häufig den Schattenschuss dadurch einsetzen. Und ja, ich würde einfach sagen, kauft es euch, wenn ihr Jäger seid. Kauft euch unbedingt diese Exos. Es ist ein Must-Have-Gegenstand. Dringend holen, wenn man es noch nicht hat. Als nächstes für den Titan-Sitans-Bollwerk ist eine Exo, die neu ins Spiel gekommen ist. Es ist so, dass wir hier eine Barrikade erschaffen, wo wir durchschießen können. Wird gerade im PvP sehr, sehr gerne gespielt, weil wir dadurch eben eine Wand stellen können und dann durch diese Wand durchschießen können mit den eigenen Waffen. Und die Feinde von der anderen Seite können nicht auf einen durchschießen. Ist sehr, sehr nützlich im PvP. Wird gerne mal von den Titans gespielt. Wichtig hier ist aber, die Barrikade wird von dem Schadenswert her, den sie auffangen kann, halbiert. Das heißt, sie ist halb so stark, halb so stabil. Aber wenn man zurückschießen kann, klarer Vorteil. Von daher, Titans, ich würde das Ding mal holen, im PvP ausprobieren. Und ihr werdet merken, okay, jetzt ist meine Barrikade mal richtig nützlich. Jetzt kann ich Feinde auch abknallen, ohne dass sie auf mich zurückschießen können. Das heißt, auch hier würde ich sagen, für PvP, Must-Have-Gegenstand. Macht definitiv Spaß, im PvP hier und da auszuprobieren. Auch je nachdem, wie das Ganze gepatcht wird und welche Waffen gerade stark sind. Aber ich würde das Ding definitiv holen. Es ist sehr, sehr nice. Dann für die Warlocks, zu guter Letzt, auch ein wahnsinnig guter Gegenstand, Must-Have-Gegenstand würde ich sagen. Für PvP nicht unbedingt, aber PvE-technisch ist das Ding einfach dringend notwendig, wenn man einen Warlock spielt. Das Rift hat nämlich die zusätzliche Fähigkeit, dass das Waffennachladtempo erhöht wird. Das zählt auch für Verbündete, die im Rift stehen. Das bedeutet, wenn wir ein kleines Rift stellen oder die Super, also das große Rift stellen, dann können auch alle Verbündeten, die da drin stehen, wesentlich schneller nachladen. Hier ist natürlich ganz offensichtlich, in Raids, in Aktivitäten, wo man mehrere Mitspieler hat, kann man Boss-Gegende wesentlich schneller töten. Wenn ihr schneller die Waffen nachladen könnt, könnt ihr natürlich schneller wieder schießen, könnt mehr Schaden machen, höhere DPS. Und in den Raids werden die Warlocks hauptsächlich mit dieser Exo mitgenommen, gerade weil der Schadensoutput vom gesamten Team erheblich gesteigert wird. Ein klarer Must-Have-Gegenstand, hier mit einem Gesamtwert von 64, ist ganz stolz, ist gut. Die anderen schauen wir uns auch gleich noch an. Hier haben wir 62, das geht gerade noch so und 60 ist eher tief. Aber dass alles Must-Have-Gegenstände sind, würde ich sie definitiv holen, wenn man die jeweilige Klasse dafür hat oder die Klasse mal spielen möchte, also einen neuen Charm machen will. Gut, das Exo, das ich gekriegt habe, hat einen Gesamtwert von 62, ist apotheosisch Leier. Nicht unbedingt was, was ich brauche derzeit. Von daher wird es zerlegt. Gut, das war es auch schon von dem lieben Xur zu diesem Weekend, wo er da ist. Lasst gerne Kommentare da für den Algorithmus. Ihr kennt das ja, wie das auf YouTube funktioniert. Lasst auch einen Lack da, um mich und das Video zu unterstützen. Dürft gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gedroppt gekriegt habt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch und im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.